Über 3000 Meter im Hindernislauf holt sich Tobi Reitjan aus Finnland. Hier die Goldmedaille. Congratulations! How did you feel to be European Champion? Unglaublich. Es war auch schön, die letzte Runde anzugehen in der Position, in der ich war. Ich musste uns einfach nur Gas geben. Dann habe ich den kleinen Abstand hinter mir bemerkt. Was haben Sie gedacht? Ich habe gewusst, ich kann einer der Athleten sein, die das Rennen gewinnen. Aber das dann auch hier wirklich zu schaffen, ist natürlich herausragend. Das war's.